Das heutige Rasseporträt widmen wir einem mittelgroßen Hund, der ursprünglich von den vor der schottischen Atlantikküste liegenden Shetland-Inseln stammt, dem Shetland Sheepdog, der auch Sheltie genannt wird. In dieser Gegend herrscht ein raues Klima, vermutlich verdankt der Sheltie diesem sein dichtes Fell. Was es sonst noch über diese wunderschöne Hunderasse zu wissen gibt, erfährst du im folgenden Video. Als Hütehund wurde der Sheltie für Schafherden eingesetzt. Heute geht der kleine wendige Vierbeiner dieser Tätigkeit nicht mehr nach. Der Will-to-Please und ein mehr oder weniger ausgeprägter Hütetrieb sind jedoch nach wie vor noch vorhanden. Vom Erscheinungsbild her sieht der Sheltie aus wie ein kleingeratener Rough Collie, welcher auch tatsächlich der Maßstab für das Aussehen des kleinen britischen Hütehundes gewesen ist. Shelties haben ein langes Fell mit einer üppigen Unterwolle, die dicht und weich ist. Um dem Hundefell immer eine gute Luftzirkulation zu ermöglichen, sollte der Vierbeiner mehrmals pro Woche frisiert werden. Shelties neigen dazu viel zu Haaren. Wenn man also ein Allergiker ist oder die eigenen vier Wände frei von Hundehaaren haben möchte, sollte man vom Kauf eines Shelties absehen. Laut Rassestandards sollte der Sheltie über einen lieblichen Gesichtsausdruck verfügen und die Mähne soll üppig sein. Shelties sind im Durchschnitt zwischen 35 und 38 cm hoch, jedoch gibt es auch weitaus größere Exemplare. Sie gelten gemeinhin als Überraschungsei, was die Größe betrifft. Der Shetland Sheptog existiert in vielen Farbschlägen wie Blue Merle, alle Variationen von Sable, Bee Blue, Tree Color oder auch Bee Black. In den USA gibt es außerdem den Color Headed White Sheltie. Der Sheltie hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren. Wie bei jedem Hund sollte man sich vor dem Kauf ein genaues Bild von der Zucht machen. Auch Shelties neigen zu gewissen Erbkrankheiten. Shetland Sheepdogs können unter dem sogenannten MDR-Defekt leiden. Das ist eine Krankheit, bei der sie eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Inhaltsstoffen von Medikamenten aufweisen. Außerdem kann die sogenannte Dermatymositis auftreten. Das ist eine genetisch bedingte Entzündung der Haut, welche auch die Muskulatur und die Blutgefäße betreffen kann. Zudem sind sie anfällig für die sogenannte Collie-Eye-Anomalie, die zur Erblindung des Hundes führen kann. Auch eine Schilddrüsenunterfunktion ist bei dieser Rasse keine Seltenheit. Solltest du überlegen, einem Sheltie bei dir ein Zuhause zu geben, ist es daher von großer Wichtigkeit, einen vertrauensvollen und erfahrenen Züchter zu finden. Bei guter Auslastung ist das Wesen des Shelties sehr fröhlich. Er liebt es zu lernen und eignet sich besonders gut für Agility, aber auch in anderen Hundesportarten wie Dogdance oder Flyball macht er eine gute Figur. Er braucht anspruchsvolle Beschäftigung und ist definitiv nicht für Menschen geeignet, die wenig aktiv sind. Der Sheltie ist Fremden gegenüber reserviert, liebt seine Familie aber über alles. Nur weil er ein Hütehund ist, heißt es nicht, dass er über einen endlosen Willen zur Gehorsamkeit verfügt. Wenn dieser Hund nicht mehr weiter trainieren will, dann tut er es auch nicht. In dieser Hinsicht kann man ihn als ein wenig stur bezeichnen. Shelties sind ausgesprochen sensible Vierbeiner und anfällig für Stress. Es ist daher essentiell, dem Hund einen geregelten Tagesablauf zu bieten und ihn weder zu überfordern noch zu unterfordern. Aufgrund ihres hübschen Aussehens und ihrer Größe werden sie oft zu Therapiehunden ausgebildet und können in diesem Berufsfeld eine gute Figur machen, vorausgesetzt sie werden einfühlsam ausgebildet und geführt. Aufgrund der starken Bindung zu ihren Besitzern sind sie auch oft als Assistenzhund anzutreffen. Bei nicht sachgemäßer Erziehung und fehlender Auslastung können sich die Schattenseiten des Hundes bemerkbar machen. Wie alle Hütehunde können sie dann Verhaltensprobleme entwickeln, wie das Jagen von sich bewegenden Objekten oder übermäßiges Bellen. Der Sheltie ist sowieso sehr bellfreudig. Wenn er unterfordert ist, betreibt er das unter Umständen bis zum Exzess. Der Shetland Cheap Dog ist besonders geeignet für sehr aktive Menschen, die mit ihrem Hund arbeiten wollen und ihn nicht nur als hübsches, kuscheliges Anhängsel betrachten. Dir gefällt der Sheltie sehr, du hättest aber lieber einen kurzhaarigen Hund? Dann klick auf das linke Bild und erfahre in unserem Video mehr über den Jack Russell Terrier. Dein Herz schlägt für Hunde und Katzen, du bist dir aber nicht sicher, wie das Zusammenleben klappen kann? Dann klick auf das rechte Bild und finde in unserem Video heraus, wie man Hunde und Katzen stressfrei zusammenführt.